Minus 15 Grad waren es gerade, 7 Uhr früh, Sonntag, ich fahr zum Fliegen, ich will die Sonne abpassen, mal schauen, vielleicht kommt da was raus, yes, I hope you can see me, oh man, jetzt spreche ich Englisch, ich bin so blöd, wir machen es auf Deutsch, haben wir gesagt, Moment, ich muss schalten. Ja, ich fahr hier zu meinem Lieblingsspot, oh, jetzt haben wir Minus 15,5, saukalt, ich fliege aus dem Auto raus, weil anders ist es nicht möglich, keine Chance und ich hoffe, ich bleibe nicht in dem Baum hängen, wäre übel bei Minus 15 Grad, ich bin nämlich eine Muschi und ich hasse Kälte, okay, Minus 16, Wir sehen uns gleich wieder, bis gleich. So Leute, angekommen beim Spot, Minus 17 Grad, ich glaube, das war eine total bescheuerte Idee, am Sonntag in der Früh, die Uhr stimmt nicht, es ist 7 Uhr 24, da ist noch Sommerzeit drauf, war es eine dumme Idee oder erlebe ich jetzt den besten Sonnenaufgang meines Lebens, wir werden sehen, vielleicht verkack ich es und ich fliege nur scheiße. Also, hier ist mein Spot, mein Lieblingsspot vom Sommer und da hinten kommt jetzt dann irgendwann die Sonne über den Berg und ich hoffe auf Wahnsinnsaufnahmen. Wir sehen uns und ja, ich hoffe, es geht alles gut, ich baue jetzt schnell meine Ground Station auf, weil ohne draußen fliegen geht überhaupt nicht. Minus 17 Grad, eine Minute, Finger sterben ab. Mal schauen, ob es eine blöde Idee war. Ja, ich hoffe, ich kann euch einen Kohlenflug zeigen mit einer Wahnsinnssonne. Also, bis gleich. Ciao. Da kommt sie gleich, die Sonne. Sie kommt gleich. Sie kommt gleich, hoffentlich verkacke ich es nicht, weil meistens verkackt man es. Also, bei mir. Weil ich habe echt Stress, ich habe zwei Lipos und dann ist die Sonne voll da und dann ist alles wie immer. Außer, dass es schweinekalt ist, übrigens immer noch minus 17. Ich hoffe, dass das ganze Quad das überhaupt kann. Nicht, dass die Kamera einfach stehen bleibt oder das Bild weg ist oder ich. Wir werden sehen. Also, viel Spaß beim Video. Ich packe jetzt mal zusammen, mache meinen Quad startklar und warte auf die Sonne. Ha, Moment. Die große Frage ist noch, welcher ND-Filter? Ich nehme jetzt einfach mal ein ND16 auf Verdacht und wir werden sehen. Ich hoffe, es passt. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. Bye. . Bye. 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 Bye.